Short Leg Das ist natürlich jetzt ein Monster-Ding Ich bin noch irritiert Der Daten.de Podcast Präsentiert von Bulls Dräng mich doch hier nicht auf Jetzt Number 39 That's Graham Hall And he will play number 12 Aaron Monk Auf diese schon fast ikonischen Sätze von John MacDonald Werden wir uns am Wochenende wieder freuen dürfen, denn es ist mal wieder Zeit für die UK Open Damit hallo und herzlich willkommen zu Short Leg, dem Daten.de Podcast Präsentiert von Bulls und herzlich willkommen auch zur UK Open Vorschau. Heute mit mir Marvin Van Boom und mit Kevin Ward Hallo Kevin Hallo Marvin, das ist immer ein ganz besonderes Turnier für das man eigentlich sich auch eine Woche Zeit nehmen wollen würde, wie bei der Q-School Das definitiv Das sagen wir eigentlich jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder. Erstmal danke fürs Einschalten an alle. Lade grüßwissig heute nicht wie geplant eigentlich live auf Twitch, aber wir sind zuversichtlich dass wir das dann für die Analyse wieder hinbekommen Deswegen heute die Folge nur, ja, quasi im WeLive, wie sonst früher auch auf allen bekannten Podcast Anbietern, wie zum Beispiel Spotify, mein Sportpodcast.de Apple, Google Podcast oder auch dem Daten YouTube Channel. Unterstützt uns gerne zum Beispiel auf Patreon, da gibt es auch die sonst wöchentlichen Folgen von Schottlag Kompakt. Damit setzen wir es natürlich dann in dieser Woche aus, weil wir eine große Folge haben und auch in der nächsten Woche dann die Analyse dementsprechend dann Schottlag Kompakt wieder in zwei Wochen, wie ihr es gewohnt seid zuletzt. Solltet ihr Fragen haben, Bewertungen gerne hinterlassen an die sozialen Medien von daten.de und ja, alles weitere natürlich sonst auch auf da diesen Channeln, wo ihr uns immer erreichen können, Fragen stellen könnt da freuen wir uns immer auf Interaktionen, zum Beispiel auf YouTube wird ja auch immer viel kommentiert unter den ganzen Folgen, das gerne so weitermachen Ja, wie sieht der Fahrplan heute aus? Natürlich UK Open, ganz klar unser Hauptaugenmerk wir wollen aber davor auch noch ein paar andere Themen mit reinnehmen und zwar haben wir so ein kleines Zwischenfazit geplant zum Saisonstart der deutschsprachigen Tukard-Holern dann war natürlich jetzt auch Development Tour und Premier League Spieltag Nummer vier und damit wollen wir auch direkt beginnen und auch gar keine Zeit verlieren. Ja, es war wieder ein ausdrücklicher Abend in Newcastle muss man sagen, von den sieben Spielen gingen jetzt wieder vier über die komplette Distanz und die anderen drei, da wurden auch, ja, zehn von möglichen Elf-Legs gespielt Kevin zum dritten Mal hintereinander gewinnt jetzt Michael van Gerven was ist so dein Take zu diesem Abend? Ja, es ist eine Premier League wie man sie sich vielleicht wünscht wenn sie nur nicht so repetitiv wäre viele enge Spiele viele hochklassige Spiele und einen Michael van Gerven der das zur Zeit halt einfach gut macht also er hat herausragende Momente spielten 107er Average im Viertelfinale spielten 10er da zur genau richtigen Zeit um eben das Finale in seine Richtung zu lenken aber gerade kann auch kein Gegner gegen ihn mal sein Spiel ja lückenlos durchziehen MVG ist nicht unantastbar aber derjenige, der vielleicht aktuell am wenigsten Fehler macht und ja, ich sag mal am meisten sein Spiel dann auf die Bühne bringt aber es ist jetzt auch nicht so dass er von Woche zu Woche stabiler wird seine Performances von Woche zu Woche dominanter werden du hast immer Momente wo du ihm nachher sagen würdest da wäre er zu packen gewesen das war auch in dieser Woche so die Gegner haben die offene Tür nicht angenommen und Michael van Gerven ist durch spaziert in Anführungsstrichen und natürlich lesen sich drei Siege aus vier Wochen sehr beeindruckend mir jetzt vor allem noch in Erinnerung ist dieses 90er Checkout auch gegen Luke Nittler dann im Halbfinale kommt er in den Decider rein vorher sechs Matchstarts verpasst checkt dann aber 90 via Single 18 Doppel 18 Doppel 18 gegen Price vorher war es souveräner und ja wir müssen auch Nathan Espel gratulieren zu seinen ersten Punkten und direkt dann auch zu seinem ersten Finale also er übersteht im im Viertelfinale gegen Michael Smith einen Matchstart kommt dann in der im Halbfinale auf der Doppel 3 ins Finale trifft dann dort auch Michael van Gerven verletzt dann ja verletzt dann ja ich ja war da mehr drin ich gefühlte eigentlich irgendwie nicht 170 hat er nochmal gecheckt dann auch zum zweiten Mal in diesem Abend das hat auch Luke Littler vorher schon getan aber für ihn sicherlich trotzdem wichtig da Punkte anzuschreiben was jetzt eben für Peter Wright nicht gilt der zwar vielleicht sein bestes Spiel gemacht hat aber auch nach vier Wochen immer noch ohne Punkte da steht ja Espinel wichtig der erste Sieg und dann legt er noch einen dazu und obwohl er im Viertelfinale glaube ich nur 87 gespielt hat aber kann sich dann im Halbfinale steigern hat im Finale zumindest das habe ich mir notiert zwei Breakchancen gehabt gegen van Gerven um 3 zu 2 in Führung zu gehen macht die nicht und danach kommt halt dieser 10-Darter und dann konnte er halt immer nur noch mal verkürzen also ich glaube für Espinel war das ein wichtiger Schritt auf den aber noch viele folgen müssen und bei Wright da denkt man sich halt ja Mensch auf der Pro-Tour Aufwind gehabt keiner weiß so genau mir wird da oft in die Pro-Tour auch zu viel reingelesen aber er konnte es jetzt wirklich mitnehmen ist ja soweit ich weiß auch bei seinen Darts geblieben hat da jetzt nicht viel rumgewechselt ja und dann spielt er über 103 spielt halt gut macht das richtig gut bringt aber halt eine 5 zu 4 Führung nicht nach Hause und ja Littler nimmt das dann halt an und zu Littler ja es ist ein Phänomen was er da macht und wie er es macht denke aber dass er gerade in den Spielen gegen van Gerven vielleicht zu viele Fehler macht so insgesamt also hätte ihn mehrfach glaube ich in den letzten Wochen dann doch schlagen können da war nicht viel dazwischen da hat vielleicht kein Blatt dazwischen gepasst in diesem Spiel gegen van Gerven im Halbfinale verpasst er ein paar Doppel dann lässt er ihn mit vergebenen Matchdarts nochmal zurückkommen nur dass dann halt Littler einen schwachen Designer spielt mit 15 Darts keine Möglichkeit auf den Doppel bekommt also das sind das sind Dinge die halt auffallen das sind wirklich Kleinigkeiten die da aktuell entscheiden gefühlt ob du das das Wochenturnier gewinnst oder ob du dann eben im Viertelfinale rausgehst und am Ende des Abends keiner mehr über dich redet genau also White hatte einen Matchstart gegen Luke Nittler wir haben noch gar nicht erwähnt Dropcross dreht ein 3 zu 5 gegen Luke Hampus im Viertelfinale verliert dann eben im Halbfinale gegen Nathan Espinel der hatte dann wiederum zwei Darts auf der Doppel 16 für den Decider gegen van Gerven also vielleicht war es doch möglich aber vom Gefühl war es wieder einfach ein Abend für van Gerven der jetzt mit 15 Punkten deutlich vorne liegt in der Tabelle nach vier Wochen dahinter jetzt schon gehöriger Abstand Michael Swift und Luke Nittler jeweils sieben Punkte Rockcross hat sechs ja und Peter Wright noch ohne dann blicken wir direkt auf den fünften Spieltag der ja auch noch vor den UK Open dann am Donnerstagabend in Exeter ausgetragen wird wir haben Luke Humphreys gegen Michael van Gerven im Filifinale Nathan Espinel gegen Peter Wright also ja wenn nicht gegen Espinel gegen wen soll Wright dann doch da mal punkten wichtiges Spiel für den Schotten da haben wir noch Gavin Price gegen Rob Cross und Luke Littler gegen Michael Smith der so ein bisschen auch von der ersten Woche zehrt aber danach jetzt auch nicht mehr so viel produziert hat ja das sind so Smith Price Humphreys das sind so drei die gerade bei Humphreys sieht man dann die Werte und denkt das kann doch nicht ewig so weitergehen das ist also bei ihm glaube ich schon dass da früher oder später der Knopf wieder aufgeht bei Smith hat mich der der Sieg in der ersten Woche überrascht und das was was er jetzt spielt ist vielleicht eher das was von ihm irgendwie zu erwarten war Price ja hat dann halt vielleicht auch das Pech dieses Mal im Viertelfinale auf einen sehr sehr starken Gegnergang getroffen zu sein ähm aber auch bei ihm ist es halt aber auf der anderen Seite um das den Take vielleicht so abzuschließen wie ich ihn angefangen habe ich glaube das das ist alles sehr eng zusammen aktuell äh das ist die eine Woche kann für dich sein und die andere Woche halt nicht und wenn da Nuancen schief gehen ähm auch wenn Peter Wright gerade letzter ist fällt für mich jetzt gerade niemand total ab ähm und und deswegen glaube ich dass da noch viel Dynamik drin ist ich meine wir haben ja jetzt noch äh was haben wir noch 16 Spiel naja wie viel spielen wir insgesamt 16 Spieltage insgesamt äh doch was haben wir was haben wir genau sieben und dann kommt das also es sind 16 das heißt es sind es noch elf Abende also bis auf Van Herven bei dem man natürlich jetzt absolut sagen kann der hat 15 Punkte letztes Jahr haben 24 für die Playoffs gereicht der wird der wird der erste sein der der sich das sichert ähm aber alles andere da kann glaube ich noch ganz ganz viel durcheinander gewirbelt werden genau es geht ja noch ein bisschen drei Monate knapp die Playoffs am 23. Mai in London ja von Gerben natürlich 30.000 extra Pfunden natürlich auch gerne mit 10.000 pro Abendsieg dann auch noch gibt ja kommen wir dann zu den Spielern die vielleicht in Zukunft irgendwann mal in der Premier League spielen werden oder wahrscheinlich auch wollen und zwar zu den Akteuren der Development Tour denn diese ist gestartet am Wochenende in Milton Keynes mit den ersten fünf Turnieren wir hatten ein sehr sehr großes Teilnehmerfeld wir hatten 350 circa am Start davon über 40 aus dem deutschsprachigen Raum also auch ja viele sich auf den Weg nach England gemacht wir wollen so ein bisschen die Turniere auch nochmal durchgehen am Freitag ging es ja los mit den ersten beiden Turnieren wir haben da als ersten Sieger dieses Jahr den Niederländer Danny Jansen der gewinnt das rein niederländische Finale gegen Owen Röloffs im Finale im Decider Röloffs verpasst hier sechs Matchstarts und Keenberry hat zum ersten Mal zugeschlagen am Freitagabend er gewinnt auch hier im Decider gegen Rian van Feen erstmal vielleicht zu den beiden Siegern am Freitag was denkst du darüber ja Jansen das ist natürlich eine tolle Geschichte dass da auf der Challenge Tour bei ihm viel gut zusammengelaufen ist und er dann direkt auch auf der Development Tour da diesen Auftakt hinbekommt also da scheint jemand wie soll ich sagen die Zeichen der Zeit den Verlust der Tourkarte in positive Energie umgesetzt zu haben ja und Keenberry ein Spieler bei dem man jetzt ja auch noch nicht so richtig weiß in welche Richtung es auf der Tour in nächster Zeit geht das kann auch ein richtungsweisendes Jahr für ihn werden und deshalb gut dass er auf der Development Tour hier auch so rein startet weil vielleicht braucht er das Jahr als zweiten Anker falls das mit der Tourkarte doch noch irgendwie wackelig wird ich glaube für Jansen war es der erste Titelgewinn für Ohren Rolofs bereits das dritte Finale das er verloren hat der wartet also noch auf seinen ersten Sieg blicken wir hier aus deutschsprachiger Sicht drauf es ging eigentlich ganz gut los mit Paul Krone und Rossi Dekodriges die standen beim ersten Turnier beide im Fiedelfinale und Dominik Krülich hat das im zweiten Event ebenso geschafft einen neuen Data gab es noch durch Owen Bates und ja Bo Greaves sie hat gespielt wir hatten das habe ich vor zwei Folgen schon mal kurz angerissen dass sie vor Ort einzelne Wochenenden mal mitzunehmen und das hat sie jetzt auch getan Freitag und Samstag hat sie gespielt und ja im zweiten Event stand sie im Finale hat sie auch Matchstarts verpasst und damit kommen wir vielleicht auch schon auf den Samstag zu sprechen denn da ist es Bo Greaves dann erneut gelungen in die Runde der letzten Acht einzuziehen aber Kim Barry war hier auch wieder zu stark für alle anderen Titel Nummer sieben für den ihren diesmal Whitewash Sieg im Finale gegen Sebastian Bioletsky und Christopher und Niko Springer waren hier im Achtelfinale kurzer Take von dir zu Bo Greaves also erstes Turnier dachte ich nach dem ersten Event braucht dann wohl doch noch sie hat ja immer gesagt sie spielt nicht so gerne gegen Jungs also bleibt dann wirklich lieber bei den Damen noch da fühlt sie sich wohler nach dem ersten Event dachte ich ja ist es bei ihr so auch ein Kopf drin aber nach den Ja auf jeden Fall stark zu sehen wie sie sich dann angepasst hat wie sie in ihr Spiel gefunden hat ich denke da wäre auch mindestens bei einem der verlorenen Viertelfinals noch ein tieferer Run möglich gewesen wirklich auch klare Siege dabei gewesen also hat Spaß gemacht das zu verfolgen ich finde dass dieses erste Turnier am Samstag eigentlich Wessel Neimann gewinnen hätte müssen also wie konstant der unterwegs war zwischendurch auch 111 gespielt aber auch er vergibt dann eben Matchstarts gegen Biawetski der glaube ich zuletzt im Frühjahr 23 ein Turnier auf der Development Tour gewonnen hatte also Keane Barry konstant gespielt zwischen Anfang 80 und Anfang 90 die letzten zwei Spiele mit 5-0 gewonnen das ist solide das ist in Ordnung hat aber glaube ich vielleicht auch von der Auslosung an dieser Stelle profitiert und also für mich stand da ganz lange der Name Wessel Neumann ganz oben drüber er scheitert am Ende im Halbfinale und Keane Barry räumt halt das auf was übrig bleibt und natürlich das musst du auch erstmal so zu Ende spielen der Unterschied beim Average zwischen ihm und Biawetski im Finale ja auch nicht sonderlich groß aber er spielt das eben von vorne der Gegner nützt seine wenigen Chancen nicht und dann kommt hier so ein 5 zu 0 halt dann mal ganz schnell auf bei so einem Modus auch zustande trotzdem krass der Titel Nummer 7 jetzt für Keane Barry und die Skippans ist trotzdem zur Proto Ultra da denn Keane Barry hat bisher bei 4 Player Semitrips nicht einmal gewonnen das ist eigentlich schon sehr interessant hier ist der Abräumer des ersten Development Tor Wochenendes liegt in der Rang deutlich vorne hat aber auf der Pro Tour bisher in diesem Jahr noch nichts eingespielt sagt auch einiges aus ich finde auch im Blick auf die Deutschen hat dieser Samstag dann auch gezeigt was möglich gewesen wäre also ich finde Nico Springer hatte dann im Achtelfinale 6 Starts um zum 3 zu 3 in seinem Spiel auszugleichen macht das halt nicht das kann ein Punkt sein wo wir dann am Ende vielleicht dann darüber sprechen wie weit er dann gekommen wäre so nach dem Motto und ich fand es auch eine verpasste Chance für Marvin Kraft der die letzten 32 erreicht hat und da halt das Glück eigentlich hatte auf einen Danny Jansen zu treffen der in diesem Fall nicht sein A-Game ausgepackt hat und da war aber Kraft eher mit wenn wir bei diesen A- und B-Games bleiben eher mit B- oder C-Game unterwegs und scheidet da aus also das sind Momente gewesen auch Paul Krone hat es glaube ich an diesem Wochenende um das vorweg zu nehmen bis auf das Viertelfinale hat er sich schon unter Wert irgendwie verkauft aber es geht einem natürlich das Herz auf wenn man du hast die Zahl eben genannt so viele deutschsprachige erlebt die wir stellenweise ja auch nicht in anderen Turnierserien sehen die aber jetzt hier sagen hey super ich mach den Weg nach England Enrico Frank zum Beispiel einer den den ich noch kenne vom WDF Europe Cup Youth der jetzt hier in England dabei gewesen ist und erste wichtige Erfahrungen gesammelt hat also ein bunter Strauß und wo man stellenweise gar nicht wusste beim Live Verfolgen auf Dart Connect wo man jetzt gerade hingucken soll ähnlich wie bei der Q-School Dann reichen noch die weiteren Sieger natürlich nach da haben wir noch mal zwei weitere Niederländer auf dem Programm und zwar Julian van der Velde der gewinnt nach 2021 und 2022 zum dritten Mal auf der Development Tour auch hier in Whitewash Sieg im Finale über Leighton Bennett Dominic Grüllig war bei Event Nummer 4 im Viertelfinale und zum Abschluss am Sonntag ja keine große Barschung dass auch Rian van Veen noch einmal zuschlägt Erfolg Nummer 8 bereits für den jungen Niederländer hat nur 6 Lacks abgegeben in 8 Spielen insgesamt das war eine dominante Performance im Finale auch hier ein Whitewash über Dylan Slevin beste Deutsche hier David Schlichting und Erik Rollinger unter den letzten 32 und ja in der Rangliste ergibt sich erstmal ein klares Bild Keane Barry mit seinen zwei Siegen mit 6.000 Pfund deutlich vorne dahinter haben wir Rian van Veen mit 4.300 und bester Deutscher ist Dominic Grüllig mit 1075 Pfund auf Rang 13 Bo Greaves zur Einordnung ist auf Platz Nummer 10 hat aber Event Nummer 5 nicht gespielt vielleicht nochmal ein kurzes Gesamtfazit Kevin aus deutschsprachiger Sicht ja Dominic Grüllig denke ich schon im Soll das ist okay ein bisschen mehr hatte ich mir schon von Paul Krone und Nico Springer erwartet das muss man vielleicht sagen bei Paul Krone ich glaube das war auch einfach viel Dart jetzt für ihn ich meine der hat Montag Dienstag Pro Tour gespielt Mittwoch dann noch die Jupin Tour einen Tag frei und dann nochmal fünf Turniere hinterher weiß ich nicht wie das bei ihm gewirkt hat vielleicht war es am Ende auch ein bisschen Müdigkeit die da reingespielt hat und Nico Springer hat ja auch geschrieben dass er erkältet war an den Tagen jetzt ja vielleicht nochmal deine Einschätzung dazu ja also Paul ist das eine krasse Woche gewesen also klar das muss man alles in Relation sehen es ist halt man schwimmt halt so mit da gibt es immer wieder Momente und natürlich gab es auch unglückliche Niederlagen wo jemand irgendwie hundert spielt und raus geht insgesamt ist man in der Breite glaube ich super unterwegs ja aber es gibt eben die Momente wo man wie ich sie gerade beschrieben habe wo man sich denkt hey da wäre doch jetzt mal ein richtig tiefer Run ins Endspiel oder sowas möglich gewesen also ich glaube man kann durchaus Hoffnung haben und für einige geht es dann glaube ich auch darum erstmal Fuß zu fassen erstmal warm zu werden mit all dem mit auch mit der Development Tour mit fünf Turnieren an drei Tagen ich bin auf die Entwicklung über die Saison gespannt aktuell ja ist es dieses Mitschwimmen ist es dieses bei 40 Deutschen da wird halt früher oder später mal der ein oder andere was mitnehmen ich finde es halt auch faszinierend was da Christopher Thon das macht also ganz ganz oft unter 80 unterwegs und er macht aus diesen Möglichkeiten aus dieser Form die er jetzt schon eine Weile hat also macht da sehr viel draus das ist etwas was was ich auch bewundere in gewisser Weise glaube aber doch dass an diesem Wochenende mehr drin gewesen wäre und dass das glaube ich auch der Eindruck von manchen Spielern dann irgendwie gewesen ist also ich glaube auch ein Rusty Rodriguez um einmal noch kurz den Schwenk nach Österreich zu machen wird mit einem Viertelfinale und sonst auch vielen Turnieren ohne Preisgeld alles andere als zufrieden sein weiter geht es dann vom 3. bis dann an den Start gehen da werden wir sicherlich noch mal mehr haben über 50 denke ich auf jeden Fall vielleicht dann so Richtung 75 oder so das ist immer die Frage wie viele Engländer kommen dann rüber wer ist ambitioniert ich denke die Niederländer sind ja eh immer gut vertreten auch hier natürlich haben sie drei Titel abgesagt mit drei verschiedenen Spielern und Kim Barry halt zweimal erfolgreich es bleibt spannend ich meine da geht es ja auch wie gesagt hast du schon gesagt eine Tourkarte WM Qualis bei Van Feen kann man da ja rausrechnen weil der braucht das nicht bei Kim Barry gut muss man warten wie die Saison auf der Pro Tour verläuft aber Danny Jansen der ist jetzt auf der Challenge Tour und Development Tour gut platziert für den sieht es erstmal ganz gut aus jetzt was diese zwei klassischen Touren angeht hinter der Pro Tour gut wir werden es weiter auf jeden Fall verfolgen dann im Mai wie gesagt der nächste Spieltag das nächste Wochenende dann in Deutschland dann kommen wir jetzt zu einer Sache wo wir ein bisschen ein erstes Fazit ziehen wollen zum Saisonstart der deutschsprachigen Tourcard Inhaber wir hatten jetzt ja Wochenenden kann man ja nicht sagen weil es waren ja jetzt immer unter der Woche die ganzen Turniere wir haben jetzt aber zumindest zwei Doubleheader hinter uns also vier Pro Tour Turniere vier Player Championships und dazu dann auch noch einige European Tour Qualifier ebenfalls auch vier also da lohnt es sich mal auf die deutschsprachigen Tourcard zu schauen wie deren Saisonstart so verlaufen ist wir haben es ja in den Kompaktfolgen immer so besprochen wie die Turniere liefen aber jetzt noch mal zusammenfassend haben wir ein bisschen mehr Zeit da mal drauf zu schauen gut dann würde ich sagen Kevin wir legen los gebühren mit der deutschen Nummer 1 das ist weiterhin immer noch Gabriel Clemens und das ist vielleicht auch ein Spieler ja der aktuell aus deutscher Sicht ein bisschen Sorge bereitet oder ich meine nur ein Sieg jetzt bei den vier Pro Tour Turnieren gegen Joshua Richardson dafür haben wir vier Niederlagen gegen Barry Van Payer Kellen Ritz Lee Evans und Nathan Rafferty ja aktuell sicherlich nicht der Saisonstart den er sich erhofft hat ja es ist ein bisschen zu viel gerade ein bisschen zu viel was nicht läuft also da bin ich dann auch kein Freund des Averages und zu sagen der spielt doch 92 und da wird doch früher oder später weil sowas geht ja auch in den Kopf rein sowas wird ja dich dann auch beschäftigen dass du dich früher oder später auch fragst wieso wieso ist das so und es ist ja schon auch eine eine insgesamte Entwicklung die wir schon eine ganze Weile beobachten dass es immer wieder frühe Niederlagen gibt und jetzt haben wir halt was wir jetzt haben ist halt diese Häufung dass einfach es nicht so ist dass dann mal drei Erstrunden Niederlagen da sind und dann aber halt auch mal ein Viertelfinale oder mehr dazu kommt das war vielleicht der Rhythmus im letzten Jahr aber so ist das halt jetzt aktuell nicht und es ging immer was auf der Pro Tour für Gabriel Clemens er hat es immer geschafft dort seine Ergebnisse einzusammeln und dann war das was auf der Bühne passiert ist nicht immer so wichtig es wäre schön gewesen wenn da mehr gelaufen wäre er hätte bei der European Championship Peter Wright schlagen können da waren wir beide live dabei ansonsten war es aber okay weil er halt an gewissen Stellen immer was eingesammelt hat und das fehlt aktuell und das waren zwar bislang nur vier Turniere aber da waren auch deutliche Niederlagen dabei und er macht mir schon ein bisschen Sorgen er steht jetzt nicht mehr unter den Top 32 der Pro Tour das ist auch natürlich eine Sache die jetzt dementsprechend auch so geschehen ist er war jetzt zwar noch gesetzt bei den letzten beiden Events weil ein paar abgesagt hatten und wäre aktuell auch nicht fürs World Matchplay qualifiziert ein Grand Prix wäre noch knapp drin fürs World Matchplay aktuell gar nicht qualifiziert und da können wir eigentlich auch den Bogen zu Martin Schindler machen denn auch der wäre aktuell ja nicht für Matchplay oder Grand Prix qualifiziert das wackelt da auch bei Martin dreimal zweite Runde also ein bisschen besser als Gaga war es schon allerdings das zweite Wochenende war ein bisschen besser als Wochenende sag ich immer aber ihr wisst was gemeint ist die zweite zweite was sagt man zweite Runde an Turnieren zweiter Wisch keine Ahnung der zweite Block der zweite Block sehr gut genau das war ein bisschen besser Leistungen sind da aber du hast gerade gesagt ja nicht immer auf St. Abitur schauen ich finde aber hier bei Martin die Leistungen sind eigentlich ganz gut aber die Ergebnisse spiegeln das noch nicht so ganz wieder ja genau bei Martin ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders weil die das Grundniveau schon nochmal ein bisschen weiter oben ist als bei Gaga ja trotzdem dreimal zweite Runde wird auch glaube ich nicht sein Anspruch sein aber bei Martin sieht das für mich so insgesamt auch ein bisschen besser aus und da gehen bei mir jetzt die Alarmglocken auch noch nicht so sehr an weil irgendwie glaube ich dass es da früher oder später wieder in die richtige Richtung geht und da sind die Werte finde ich schon nochmal ein paar andere und vielleicht ist es auch manchmal eher ein Gefühl weil da eben jetzt nicht nur 1000 Pfund stehen sondern eben einfach auch schon 3000 Pfund die er da eingespielt hat und also ich halte es für realistischer dass Martin jetzt irgendwie in den Flow kommt und bei Gaga das was du da eben angesprochen hast wenn es dann mal anfängt dass diese garantierten Preisgeldturniere wo du dann für die erste Runde einen ordentlichen Batzen schon bekommst wenn das wegfällt dann kann da die Kurve sehr sehr in die andere Richtung gehen das sehe ich bei Martin noch nicht so richtig aber auch er will natürlich früher oder später mal wieder auch fürs Selbstvertrauen denke ich einen tiefen Run aber er muss auch hart dafür arbeiten also Pro Tour ich glaube irgendwer im Forum hat von Chaos geschrieben was dort herrscht dass da irgendwie jeder jeden schlagen kann so oder so ähnlich erlebe ich das halt auch an dieser Stelle müssen wir denke ich auch noch eine ganz wichtige Sache jetzt erwähnen die jetzt dann auch nach der letzten Kompaktball reingekommen ist das passt gerade nochmal gut zu Gaga und Martin denn die werden ja bei den ersten vier Juppinto Events jeweils mit dabei sein die waren jetzt durch diese neue Regel halt schon qualifiziert für die erste Runde und wir hatten uns ja alle aufgeregt und wir hatten ja auch das extra Video den Einstieg da von Moritz gemacht wer ist denn ist Gewinner und Verlierer dieser Regelung und ja Gaga und Martin waren in gewisser Weise da natürlich auch Gewinner weil sie eben dieses Preisgeld auch bekommen hätten hätten muss man nämlich jetzt sagen für die erste Runde denn die PDC hat überraschenderweise muss ich sagen und ich finde es natürlich sehr gut dass es so gekommen ist aber sie haben so ein bisschen jetzt zurückgerudert an dem Qualifikationsmodus an sich haben sie jetzt nichts mehr zurückgenommen also es qualifizieren sich weiterhin Top 16 der PDC Order of Merit und dann die noch nicht besten 16 über die Proto Order of Merit und die 16 besten insgesamt der Proto Order of Merit sind weiterhin auch gesetzt aber jetzt müssen alle dieser 32 Spieler sie müssen ihr erstes Spiel gewinnen damit das Preisgeld auch in die Ranglisten zählt das war jetzt zuvor ja nur bei den 16 Gesetzten der Fall jetzt ist es aber auch wieder zurückgenommen so dass auch alle anderen 16 die in Runde 1 schon eingreifen müssen wie in Gaga wie in Martin Schindler wie auch in Peter Wright zum Beispiel die müssen ihr erstrundes Spiel gewinnen damit sie dann das Preisgeld auch dementsprechend für die Ranglisten bekommen ist eine Sache Kevin die können wir natürlich nur begrüßen ja definitiv also das ist auch für mich überraschend gewesen genauso überraschend ist für mich halt dass man anscheinend im Vorhinein nicht mit der PDPA mit der Spielervereinigung gesprochen hat weil es gab ja jetzt wohl Interventionen von dieser Spielervereinigung weshalb man dann überhaupt mal darüber nachgedacht hat dass das ja jetzt vor allem die Quali für die European Championship und dann irgendwie auch für viele andere Turniere verzerrt also allein die Tatsache wie bei der PDC Entscheidungen fallen ist auch nach wie vor etwas wo ich nur den Kopf schütteln kann dass die Art und Weise das hätte alles nicht sein müssen das hätte man hätte man sich total weiß ich nicht hätte man total nicht gebraucht sechs Wochen die total unnötig waren auch kommunikativ ein Desaster jetzt ist man so weit zurückgerudert wie man irgendwie konnte jetzt wird es ein bisschen erträglicher und und fairer und damit will ich es vielleicht erstmal auch belassen weil es heißt halt nach wie vor nicht dass dieser Modus dass diese dass dieses neue Format European Tour dass das jetzt irgendwie total total gut ist ist jetzt nach wie vor hast du halt eine große Bevorzugung von einer von einer kleinen Gruppe von einem Viertel ne doch von einem Viertel der Tour-Card-Holder und ja mal sehen wie lange das dann bestehen bleibt geändert hat sich für Ricardo Piteczko nichts denn der ist wie gesagt bei diesen Turnieren jeweils gesetzt und auch vorher schon war ja ihm klar dass er sein erstes Spiel gewinnen muss für die Rangliste das ist jetzt immer noch so und ja es hat sich auch nicht geändert dass Ricardo der zumindest was das Preisgeld angeht bisher der beste Deutsche ist beziehungsweise war er hat es bisher immer ins Preisgeld geschafft bei allen vier Player Championships ein Achtelfeld war mit dabei Timing war da würde ich sagen auch wenn die Leistungen noch nicht so auf dem Level waren wie im letzten Jahr ja er hat er gewinnt halt die Spiele aktuell und diese Konstanz ist gerade bei dieser Schwelle von 0 zu 1000 Pfund 0 für Niederlage in der ersten Runde und 1000 Pfund für Sieg in der ersten Runde ist halt jetzt sehr wichtig und er macht das gut manch einer ist eben nach der Pause so ein bisschen eingerostet und bei Ricardo macht man sich aktuell halt auch nicht so richtig Gedanken dass also da glaube ich halt auch dass die Stabilität und das Leistungsvermögen und das Level dass das Stück für Stück eben wieder kommen wird ich glaube es gab schon eine gewisse grundsätzliche Steigerung vom ersten Block zum zweiten Block Ricardo ist glaube ich auch jemand der der dann auch mitkriegt wie Dinge laufen und sehr ehrgeizig ist er hat ja glaube ich auch mal bei uns gesagt ich fahre zu Turnieren um sie zu gewinnen also ist glaube ich der Deutsche der das am lautesten so klar und so deutlich formuliert und dementsprechend glaube ich er spielt Turniere er ist dann nicht zufrieden und er tut dann alles was er tun kann damit das eben besser wird und ich glaube in diesem Prozess steckt er gerade drin und ist aber glaube ich ergebnistechnisch ganz gut unterwegs und und der Rest glaube mit dem da brauchen wir uns nicht so viele Sorgen machen besser reingekommen als in den letzten Jahren ist Florian Hempel der hat es einmal als Achtelfinale geschafft und da auch Michael Smith und Nathan Espel geschlagen das war auch einmal ein Sieg gegen Martin Schindler mit dabei komischerweise die ersten beiden Juppin Torquallis nicht gespielt ich bin mir noch nicht rausbekommen weshalb wieso hat auch bei der Sona glaube ich einen Tag später ja kommentiert aber auch nicht gesagt oder wurde auch nicht gefragt was ich dann auch nicht verstehen kann wieso er das nicht gespielt hat aber es wird Gründe dafür geben ja für ihn war trotzdem wichtig dass er einfach wieder besser reingekommen ist und ein bisschen auch den Schwung von der WM mitgenommen hat weil zu verteidigen hat er ja am Anfang des Jahres weil es eben die letzten Jahre da nicht so lief war eigentlich nicht viel also eigentlich kann er eigentlich aktuell wieder befreit aufspielen ja also es ist schön dass er jetzt mal von Beginn an da ist auch wenn es ein zwei Turniere dann trotzdem gab wo man dachte ah da jetzt in der zweiten Runde rausgehen ich glaube was das zweite Players Championship wo er mehrere Möglichkeiten hat um 5 zu 4 in Führung zu gehen also ein bisschen was glaube ich hat er trotzdem liegen lassen aber diese totalen Ausreißer nach unten diese völligen Wegwerfspiele wo du denkst unter 80 1,6 oder so was wir letztes Jahr immer wieder auch gehabt haben das ist jetzt nicht so er hat was auch immer welche Lehren er auch immer gezogen hat es sind glaube ich die richtigen und so mit so einem Start hast du natürlich auch Hoffnung und berechtigte Hoffnung dass auch die Tourkarte nicht wirklich in Gefahr gerät also schöner Start gerne darauf aufbauen aber du hast natürlich recht diese beiden verpassten European Tour Qualis da wäre ihm natürlich auch was zuzutrauen gewesen dann machen wir weiter mit Pascal Rupprecht für den steht aktuell zu Buche dreimal zweite Runde habe ich mir notiert groovt dich so ein bisschen ein bisschen rein der Run fehlt noch auch zwei Qualis nicht mitgespielt war da aber in diesen Tagen wohl auch krank zumindest gerüchteweise das habe ich jetzt nicht offiziell bestätigt von ihm selber also Vorsicht aber haben wohl mehrere gesagt dass er im ersten Block da wohl krank gewesen sein soll ja für den Tourkarten erhalt wird es so natürlich schwer wenn die Runs fehlen wie siehst du seine Form ja es ist glaube ich dafür wenn das wirklich so ist dass er gesundheitlich angeschlagen war glaube ich ist das bislang ordentlich eine richtige Entwicklung sehe ich jetzt nicht dass man irgendwie gesagt hätte ja wenn der erstmal alles spielt und zweites ja und so also Pascal wäre schon auch jemand gewesen bei dem ich mich am meisten drauf gefreut habe ihn dann jetzt nach der Pause zu sehen nach der langen WM Pause und dann auch zu sehen wie viel Entwicklung ist dann da wie sehr kann er den Flow mitnehmen wenn die Entwicklung weiter so voranschreitet dann wäre es nur eine Frage der Zeit bis bis mehrere solche Runs kommen das ist aktuell nicht so für mich ist es weil ich Pascal auch noch nie wirklich gesprochen habe auch schwer zu beurteilen wie weit wir davon noch weg sind das ist momentan okay wäre es sein erstes Jahr würde man sagen alles super aber so mit dieser Hypothek natürlich da hat man das natürlich diese Szenarien im Kopf dass das dann jetzt die Tourkarte definitiv sehr sehr wackelt ja dann machen wir weiter mit Daniel Klose auch für den geht es natürlich auch um den Tourkarten halt ich habe gerade nochmal drauf geschaut aktuell hochgerechnet 4000 Pfund zurück ist er auf Platz 68 Mike Heifenhoven aktuell auf dem Wackelplatz ja ein Pro-Tour-Spiel gewonnen dazu aber auch eine Juppin-Tour-Quali ja solide aber noch Luft nach oben habe ich mir so notiert ja das das gibt immer wieder Momente wo man so denkt boah super wie er das spielt dann auch Momente wo er sich ich sage es immer wieder bei Klose fällt mir immer auch an der Unterwert verkauft wo man so denkt ah da kann er doch Gary Anderson in der ersten Runde schlagen wo er das Turnier gewinnt die Players Championship da kann er auch gegen Daniel Klose rausgehen also er ist ähm er steht auch irgendwie so an so einer Schwelle ähm und man wünscht ihm diesen Run und er arbeitet hart und kriegt aber momentan auch zu wenig dafür raus irgendwie das das ist so mein Take für ihn äh äh und ja da da er hat bessere Voraussetzungen als Pascal äh auch mit dieser European Tour Quali denke ich aber es wird auch von ihm früher oder später mehr brauchen ne so wie er letztes Jahr da dieses Finale erreicht hat ein paar von den Ergebnissen in Richtung Achtel Viertelfinale das 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 wird schon sein müssen weil mit diesem Schnitt den er da aktuell hat wird äh wird das auch sehr schwer mit dem Tourkartenerhalt dann kommen wir zu Lukas Wenig ja der hat äh bisher zwei Siege auf der Pro Tour eingefahren aber dazu Back to Back Lupin Tour Qualis ähm der kann definitiv mithalten würde ich sagen die Konstanz ja klar die ist auch nicht so da aber ich finde schon dass der Tourkartgewinn bei Lu das ausgelöst hat was man sich erhofft hat nämlich dass er befreit teilweise aufspielen kann ja also man erlebt das ja sonst bei anderen äh dass sie dass sie neu auf die Tour kommen und dass sie Startschwierigkeiten haben und dass sie lange Zeit kämpfen und man sich dann fragt wann kommen sie rein etc ich glaube ähm Daniel Klose war letztes Jahr so jemand ein weiß ich nicht wem wir sonst in den vergangenen Jahren hatten aber ein paar ein paar Deutsche oder Deutschsprachige bei denen war das so und bei Lu überhaupt nicht ich glaube diese Doppelqualifikation auf der European Tour hat viel freigesetzt hat viel Selbstvertrauen gegeben äh es darf dann auch mal was daneben gehen in seiner Situation er ist gut gestartet er macht das gut er hat glaube ich keine Angst vor großen Namen und das ist ganz wichtig dann machen wir weiter mit dem bisher zweitbesten Deutschen auf der Pro Tour und zwar mit Paul Krone denn der stand auch schon beim zweiten Event im Achtelfinale hat da unter anderem Christoph Warteheisky und Nathan Espinel bezwungen Scoring ist teilweise sehr sehr stark finde ich hat sich vielleicht noch nicht vollständig belohnt aber trotzdem muss man sagen 4500 Pfund das macht aktuell Platz 35 in der Championship Order of Merit und eben aus deutscher Sicht ist das bisher der zweitbeste Deutsche ja also im WM Race das ist ja aktuell noch nicht ganz so aussagekräftig aber da wären halt dann aktuell Lou Wenig und Paul Krone aus deutscher Sicht über die Pro Tour qualifiziert so wie ich das gesehen habe also auch bei ihm glaube ich gab es Spiele wo man gedacht hat ah da wäre doch noch mal ein bisschen mehr gegangen aber ich glaube das wäre echt viel verlangt das ist noch mal eine ganz andere Situation als Lukas Wenig das ist ein Spieler der den vor einem Jahr noch keiner auf dem Schirm hatte der eine starke Entwicklung genommen hat dem mit Sicherheit sein Selbstvertrauen was hoch ist was auch wie er es sich verkauft noch mal ganz anders ist im Vergleich zu anderen Deutschen was ihm mit Sicherheit aber auch hilft und das ist ein Lernprozess das ist jemand der zum ersten Mal diesen Rhythmus hat Lou Wenig kennt das von verschiedenen Touren und Nachrücker Momenten wo er dann auf der wo er auch schon die ein oder andere Players Championship spielen durfte also für Paul ist das alles neu und das ist glaube ich also ich glaube er hat echt noch Welpenschutz also und dafür das ist echt gut das ist echt in Ordnung vielleicht war der zweite Block ein bisschen schwächer als der erste gerade dann auch im Bereich European Tour ist es natürlich auch schade dass er sich da für die ein oder andere gute Vorstellung nicht belohnen konnte aber da ist der ist absolut na ich möchte nicht schon wieder voll im Soll sagen ich suche nach was anderem aber er er ist er ist gut unterwegs also ich glaube da müssen sich andere um den deutschen Block irgendwie nochmal abzuschließen mit dem was ich vielleicht vorhin gesagt habe da müssen sich andere ein paar Sorgen mehr machen du hast es gesagt deutscher Block abgeschlossen kommen wir noch zu den beiden österreichischen Tourcard Inhabern an erster Stelle Roljan Rodriguez ja ich will fast sagen Aufs und Abs wie man das von ihm kennt aber trotzdem ist er solide 3000 Pfund rausgekommen ja also es ist keine Ergebniskrise es ist aber auch nicht ein großer Run und das ist eben das Problem weil er 2022 so viel Geld eingespielt hat und eigentlich jetzt ein ähnliches Jahr vielleicht brauchen würde also es ist so ein bisschen dieses Hase gegen Igel so dieses er müsste er tut was aber der na das ist ein Wettlauf der der ganz schwierig ist zu gewinnen und er müsste konstanter werden das war nie seine Stärke obwohl ja 2022 glaube ich gerade in diesen Erfolgsjahren die er ja durchaus mal gehabt hat hat das glaube ich schon geschafft diese Ausreißer nach unten ein bisschen abzufedern ein bisschen weniger häufig vorkommen zu lassen und das gibt es momentan noch zu oft das das ist rauf runter das ist glaube ich auch für jeden Herzkranken der sich das da bei DartConnect anguckt nicht so einfach es sind 3000 Pfund in der Bank es müssten aber vielleicht eigentlich doppelt so viel sein damit man sagen könnte damit man eine Lifeline hätte um sagen zu können hey da geht was in Sachen Tourcard Erhalt und ja da müsste dann irgendwann mal ein Block kommen wo mal richtig weil diese im Schnitt 1000 pro Turnier das wird am Ende nicht reichen glaube ich da sind wir uns einig genau also er steht aktuell noch ich weiß es ist noch bis so viel zu spielen auch bis zum Tourcard Race Ende aber er wäre aktuell auf Platz 63 so gleich auch mit Mike Heivenhofen es wäre aktuell über dem Schnitt das wäre Menzo Sulovic nicht der hat aktuell auch fast ja 6000 Pfund Rückstand ein bisschen mehr ja aber der ist schon ein bisschen verbessert Menzo Sulovic ich meine 3500 Pfund da sind auch Spiele dabei die sind dann auch mal deutlich über 100 aber auch da muss man dann fast sagen dann hätte dann ja auch ein bisschen mehr rauskommen sollen oder ja es ist da denke ich natürlich an dieses Spiel gegen Pascal Rupprecht beim European Tour Qualifier wo er 110 spielt dieses tolle Match macht aber halt dann trotzdem keine Qualifikation schafft also der das Uhrwerk Menzo Sulovic das wäre das was wir jetzt brauchen würden dass das immer in der Lage wäre ständig diese hohen 90er bis an die 100 ran zu spielen und damit den Gegner zur Verzweiflung zu bringen weil er es immer wieder kann und das gelingt eben nicht also ich glaube ich habe auch mal einen Turnierbericht über eine Players Championship gemacht wo Menzo dann irgendwie von 102 auf 89 gefallen ist und das sind eben genau die Dinge dass das gerade nicht konstant ranbringt man denkt so man sieht jetzt wieder häufiger diese Überleistungen über die du gerade gesprochen hast die ich jetzt auch angesprochen habe das ist ein Step in die richtige Richtung aber im Schnitt ist da jetzt eigentlich auch zu wenig rausgekommen auch dass da jetzt keine European Tour Qualy das hätte er ganz dringend gebraucht weil man ja auch weiß dass ein Mensor auf der European Tour richtig gut funktionieren und einen entsprechenden Run starten kann immer das letztes Jahr war sein bestes Ergebnis ein Viertelfinale bei seinem Heimturnier in Österreich in Bremstetten und das zeigt dann glaube ich schon wie viel bei ihm immer noch gehen würde wenn er diesen Schlüssel finden würde um sich regelmäßig für die European Tour zu qualifizieren und jetzt ist halt ein Drittel der Qualis schon um und er ist da halt nicht dabei bei ihm weiß ich auch nicht ob sollte er die Tourkarte verlieren ob er sich sowas wie Q-School noch mal antut also würde ich jetzt gar nicht mal so hundertprozentig sicher sein dass er das macht dass er vielleicht auch sagt naja gut spiele ich vielleicht hier ein bisschen A-Dart da ein bisschen hier und da Turniere aber ja aber vielleicht macht das auch vielleicht schätze ich ihn da auch falsch ein weiß nicht wie viel Kampfgeist da gerade ist ich meine im Management hat sich auch was getan ich meine Mick macht es jetzt glaube ich auch nicht mehr nee habe ich auch gehört das wäre mal das wäre mal interessant also wenn er sich irgendwie für ein European Tour Event qualifiziert hätte und das irgendwie in meiner Nähe ist hätte ich auch versucht mal hinzufahren und irgendwie mal wieder ein Interview mit ihm zu machen weil das ist ja auch rar die letzten Jahre das wäre mal sehr interessant zu hören wie er wie er das sieht was in den letzten Jahren passiert ist ja vielleicht kriegen wir das in irgendeiner Form hin ich glaube Menzo ist nicht der Podcast Mensch aber ich werde mal schauen dass wir da irgendwie dass wir nochmal ein bisschen was aktuelles von ihm persönlich auch nochmal einholen weil dann sind wir vielleicht auch nochmal schlauer ja auf jeden Fall sicherlich eine coole Sache ja Tim Wolters können wir noch nicht bewerten wir hatten ja auch schon eine kompakt angesprochen sein zweiter Sohn ist ja auch auf die Welt gekommen auch für uns beiden dann nochmal Gratulation natürlich an Moritz und Ben hier hatten das ja schon ausgerichtet der steigt dann jetzt eben zu den UK Open ein das ist eine gute Überleitung Stefan Belmont kann man noch sagen ist kein Tourcourt Inhaber ist aus Schweizer Sicht natürlich in alle vier Turniere bisher nachgerückt aber bisher auch noch ohne Preisgeld geblieben das vielleicht an der Stelle dazu ja dann kommen wir jetzt eben zu den UK Open im Buttons Resort von Meinhead Kevin hat es schon am Anfang gesagt wir würden sie glaube ich alle gerne länger als eben nur diese drei Tage sehen aber das bleibt wohl erstmal ein Wund auf Lebenszeit weil da tut sich irgendwie in den letzten Jahren nicht so wirklich viel bei mir auf jeden Fall Top 3 der Turniere die ich am liebsten habe das definitiv und wir wollen erstmal nochmal für die vielleicht auch neu dazukommen wir haben ja immer neue Zuhörer oder auch neue Leute die nach der WM so dann zum ersten Mal so ein Jahr durchleben auch was es da sonst noch so alles gibt mal nochmal erklären ja wie kommen eigentlich die ganzen Qualifikanten in dieses Turnier rein wie läuft das alles ab also automatisch qualifiziert sind alle 128 Tourcat Inhaber dazu kommen die besten 8 Spieler der Development Tour und Challenge Tour aus dem letzten Jahr die nach der Q-School 2024 keine Tourkarte besitzen und abgerundet wird das Ganze noch mit 16 Amateur Qualifiern die hatten wir ja in der letzten Folgen auch immer mal wieder genannt zum Beispiel dass dieses Jahr ja auch ein Leonard Gates geschafft sich über diesen Weg ins Turnier zu spielen das würde dann insgesamt 160 Teilnehmer machen ja würde denn wir haben zwei Tourkart Holder die abgesagt haben die nicht teilnehmen werden das ist einmal Adam Hunt und auch Adrian Lewis wo viele vielleicht gehofft haben na der hat ja dieser Haushalt angekündigt und zieht sie auch durch vielleicht spielt er der Yuki Open mit macht er aber nicht das heißt wir haben nur 158 Teilnehmer was auch bedeutet Kevin dass wir ich finde es auch immer noch dumm zwei Freiläser verteilen in der ersten Runde und das kann es ja eigentlich nie sein also dass wir weißt du da kommt die PTC und überrascht uns alle positiv indem sie diese Entscheidung zurücknimmt dass die diejenigen die in der ersten Runde European Tour einsteigen und ihren Platz sicher haben über die Ranglisten Position dass die ihr Preisgeld auch schon sicher haben das nehmen sie zurück und dann denkst du super Mensch und dann kommen sie dir bei den UK Open um die Ecke und schaffen es nicht eine B Lösung zu präsentieren obwohl man ja jetzt zwei Wochen vorher schon weiß so in etwa dass da zwei Freilose zu verteilen sind und dass man es nicht schafft da dann eine Lösung zu finden um diese beiden Freilose zu vermeiden weil du hast ja bei den UK Open dieses System dass du in der ersten Runde nach wie vor kein Preisgeld kriegst und man sagt ja immer FA Cup of Darts soweit ich weiß ist es beim FA Cup auch so dass ich wenn ich teilnehme egal wie amateurhaft ich bin dass ich da eine Antrittsprämie als Verein kriege dass man das auch immer noch nicht geschafft hat und dadurch irgendwie das Turnier dann doch wieder ein bisschen abwertet weil man so denkt es gibt ja Spieler ich glaube auch jemanden aus Deutschland Horvath rüber und dann zu einem angeblichen Major Turnier und dann verliere ich das erste Spiel und hab gar nix hab kein Preisgeld hab kein nix also das ist für mich nicht zeitgemäß das ist für mich wie jedes mal irgendwie neu zu sehen die Wand ist da wieder und ich laufe immer wieder voll dagegen und diese Freilos Geschichte ja okay es sind keine Tour Card Holder mehr da von den Players Championship nachrückern einen weiß ich nicht Oskar Lukasiak oder du sagst halt dann ziehe ich eben noch jemanden über die Challenge Tour oder die Development Tour nach also wie solche Entscheidungen entstehen frage ich mich halt zumindest will man immer den hippen Eindruck machen ist das halt einfach Steinzeit dann fallen da zwei wecker dann müssen wir da jetzt zwei freilose vergeben eben also es geht ja nicht um kurzfristige absagen wie jetzt wenn jemand krank wird oder so und das einen Tag vorher dann sage ich okay dann ist es halt so oder zu diesem Jahr wo wirklich dieser Schneesturm war das haben manche nicht geschafft da hinzukommen da sagt ja keiner was aber hier wirklich da ist genug Zeit vorher die werden wissen dass Adrian Lewis und Adam Hunt nicht teilnehmen nicht erst seit gestern da jetzt Lösungen geben ich finde auch Challenge Tour oder so das wäre doch jetzt kein Problem gewesen da noch irgendwelche Leute zu finden also bei der Proto finden sie auch immer irgendwie wenn jetzt keiner irgendwie da mitreist zum Beispiel dann gehen sie auch unten runter auf Platz 172 der Challenge Tour wenn er zufällig mit im Gebäude ist der darf da mitspielen wo ich mir denke warum dann bei so Meta Tournee dann nicht auch mal so eine Nachrückerliste machen was man auf der Europäischen Tour auch geschafft hat also es gibt doch immer Lösungen finde ich auch ein bisschen schade vor allem haben die jetzt auch gar nicht so viel davon dass die beiden da jetzt ein Freilos kriegen die müssen dann auch wieder gewinnen und so weiter und so fort also naja wer kriegt denn das Freilos boah ich glaube ich habe es gestern auch gesehen aber ja genau und einer von den Amateuren glaube ich aber das können wir vielleicht also kein deutscher auf jeden Fall das weiß ich aber ist halt auch so so random alles nun gut lass uns lass uns vielleicht über die über die vielen vielen Spiele aus deutscher deutschsprachiger Sicht sprechen weil wir haben ja zwei mit Martin Schindler mit Schindler Clemens Pietrezko die erst am Freitagabend in der vierten Runde einsteigen und dann haben wir aber ja auch noch einige andere die von Runde eins bis drei nach und nach ins Turnier kommen auch mit einem Christopher Thunders der über die Development Tour da reingerückt ist und einem Dominik Rühlich also das ist ja durchaus interessant viele viele Spiele die ich mir da rausgeschrieben habe ja absolut also vielleicht auch noch mal kurz zum Verständnis für alle die Top 32 dieser PDC Order of Merit greifen erst unter den letzten 64 ins Turnier ein die sind dafür gesetzt heißt Freitagabend spielen diese erst dann die Plätze 33 64 eine Runde zuvor gefragt und dann die Plätze 65 bis 96 die Runde davor und so weiter und so fort dann geht man runter bis 97 und 28 und die müssen dann schon in Runde eins zusammen antreten mit den Challenge Tour Development Tour Qualifikanten und den Amateuren und da hat es doch jetzt Paul Krone durch seine Leistung geschafft dass er erst in der zweiten Runde oder Moment ich hatte doch mal irgendwie nee halt stopp das ist doch erste Runde also es wäre halt möglich gewesen dass man sich in den ersten Turnieren in diese ersten 96 spielt weil halt so viele Tourkarten weggefallen sind dass glaube ich hat es 93 94 dass der Bereich offen war dass viele mit Null in die Saison gegangen sind das hat dann doch keiner geschafft es sah zwischendurch bei Paul Krone gut aus aber dann haben wir doch einige die in der ersten Runde schon einsteigen aber dafür einen Flo Hempel der in der dritten Runde reinkommt und Petrezko auch ich habe eben Petrezko schon in die vierte Runde getan das sind nur Clemens und Schindler die bereits am Freitag so sieht es aus da wird dann auch frei gelost also theoretisch kann dann in dieser Runde auch Michael van Gerwen auf Lou Comfries treffen das kann passieren absolut kann passieren gespielt wird auf acht Boards wir haben eine Hauptbühne die man kennt auch von den Player Championship Finals natürlich die Nebenbühne die gibt es auch sehr beliebt beides ja mit sehr sehr guten TV-Kameras aufgestattet aber eben auch Boards drei bis acht das war ja im letzten Jahr dann die Neuerung die es auch in diesem Jahr geben wird PDC-TV ist da eure Adresse da gibt es dann auch die ganzen Nebenboards im Stream nicht kommentiert aber man kann da auch jeden Dart verfolgen DartConnect sowieso eure Adresse dann natürlich auch was die ganzen Live-Scores angeht von den Boards drei bis acht und auf diesem Live-Darts-Data Ticker den es sonst auch gibt natürlich Boards eins und zwei DartConnect wird da meistens nachgetickert aber da Live-Darts dann eben von Boards eins und zwei auf Live-Darts-Data übertragen wird das Ganze auf The Zone und Sport 1 die zeigen die Hauptbühne man macht mal immer wieder Sitches auf die Nebenboards und auf die Nebenbühne aber da sind sie doch ans TV-Signal also wenn ITV rüber geht dann gehen die auch rüber also es wäre jetzt nicht so als dass Sport 1 oder The Zone selber entscheiden könnte wir wollen jetzt mal nur auf Bühne 2 gucken weil da gerade Martin Schindler spielt das wird es halt nicht geben also wer The Zone Sport 1 guckt der muss halt einfach damit leben dass das Signal von der Hauptbühne kommt und dass man sich halt wenn das englische TV mal so ein Roundup macht dass man dann halt auch mal Bilder von anderen Boards zu sehen bekommt aber ich glaube die PDC wäre nicht die PDC wenn sie nicht auch hier was anbieten was verkaufen würde und sagen würde kauft euch doch für dieses Wochenende so ein 3-Tages-Pass für wenig Geld und dann könnt ihr auf PDC-TV die Boards 3 bis 8 und auch die die Nebenbühne die Red Spa müsste das sein dann auch da sehen also ich hab's nicht überprüft aber würde mich wundern wenn sie das nicht machen würden nee das gibt's auf jeden Fall kann man auf jeden Fall für ein paar paar Pfund da zuschlagen Spieldistanzen vielleicht auch nochmal vorne weg in den Runden 1 bis 3 also am Freitagnachmittag wird ja die ja die ganze der ganze Kram durchgeprügelt muss man ja fast sagen leider und 1 bis 3 Best of 11 ab dann Best of 19 und Halbfinal dann Best of 21 so ITV-like wie ihr es gewohnt seid Kevin hat es schon gesagt wir haben 9 deutsche Tourkart-Inhaber dabei 2 Tourkart-Inhaber aus Österreich und über die Development Tour kommen Christopher Tondas und Dominik Grülich und Rusty Jack Rodriguez und Braco traurig den Horvath hat es ja schon bei uns angekündigt vor der WM-Interview dass er die UK Open nicht spielen wird der wäre sonst auch mit dabei gewesen ja gar beklebens Martin Schindler kennen ihre Gegner noch nicht die wird werden diese dann erst nach der Auslosung am Freitag grünen Freitagabend späten Nachmittag erfahren da wird ja immer schön auf der Bühne von Ronald McDonald und irgendwelchen Legenden Keith Deller Mark Webster Chris Mason dann ja ausgelost deswegen auch das Intro diese Number 10 he will play und so weiter das werden wir dann auch in Gänze wieder hören wir wollen jetzt aber dann schon mal die Gegner besprechen der Deutschsprachin die wir schon kennen denn die Runden 1 bis 3 die werden ja im Vorhinein schon immer ausgelost und bekannt gegeben und da kennen wir eben auch schon die Gegner und die wollen wir jetzt noch so ein bisschen durchgehen legen wir los Kevin mit Riccardo Pitretschko der darf dann erst in Runde 3 starten und seine Gegner wären Paul Krone Michael Taylor oder Graham Hall ja also wäre natürlich witzig wenn wir hier das deutsche Duell kriegen würden vielleicht ist Graham Hall derjenige der 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 bekannteste Name ist ich kann mir aber durchaus vorstellen dass wir dieses Duell Pitretschko gegen Krone kriegen was dann natürlich interessant wäre was dann vielleicht auch im Kopf nochmal eine Rolle spielt wenn du dann gegen einen Deutschen spielst ob du dann dein A-Game wirklich abrufen kannst aber für mich ist Riccardo hier schon der Favorit der es im Normalfall in die vierte Runde und damit in den Freitagabend eigentlich schaffen müsste Ruhempel ebenfalls startet in dieser in Runde drei und wartet auf folgende Gegner Jitze van der Waal Johnny Haynes oder Mario van den Bochade es schreit natürlich erstmal nach van den Bochade und dann ja wäre das natürlich ein unangenehmer Gegner der halt das muss man natürlich auch sagen wenn du jemanden also wenn du bis in die dritte Runde warten musst dann triffst du natürlich vielleicht auf jemanden der schon zwei Spiele gemacht hat der also vielleicht schon eingespielt ist auf der anderen Seite ist das ja auch eine ganz schöne Rennerei weil du vielleicht das eine Spiel auf Bord zwei spielst dann irgendwo auf Bord sechs und dann trifft man sich auf Bord acht zu diesem dritten Spiel also da kann man kann man viele Faktoren aufzählen das eine spricht dafür dass es gut ist in der dritten Runde erst anzufangen und das andere wäre vielleicht gar nicht so schlecht wenn man irgendwie sich schon warm gespielt hätte wie auch immer ich glaube Flo Hempel ist gut drauf und würde auch einen Mario von Bochade in einem Spiel was durchaus herausfordernd werden kann aber glaube ich dass er den auch gebogen kriegt Jitze van der Waal hat sich jetzt auch zum ersten Mal für die European-Tour qualifizieren können ist ja auch ein neuer Tokenhaber und hat mal einen neuen Datter bei der Yuki Open geworfen in dem Jahr wo auch Bioletski eingeworfen hat also das ist glaube ich jetzt zwei drei Jahre her Johnny Haines ist natürlich ein Spieler aus alten PDC-Tagen muss man sagen von dem Buchrad gut auch neuer alter Tokenhaber aber ist ein etabitter Mann deswegen glaube ich auch das läuft eher von den Buchrad hinaus aber wie war Petecco auch glaube ich dass Hempel eine gute Chance hat auch dann in den Abend einzuziehen absolut Pascal Rupprecht startet in Runde zwei und kennt seinen Gegner bereits das wird Gert Nentjes sein und sollte Rupprecht gegen Nentjes erfolgreich sein dann wäre der Gegner in Runde 3 Ryan Miekel Ja also ich glaube Gert Nentjes ist ein Spieler der auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist wie Pascal das ist für mich ein 50-50 Spiel aufgrund seiner aktuellen Form und Erfahrung kann ich mir nicht vorstellen dass er dass er den ganz großen Run startet also ich glaube er hat eine gute Chance in die dritte Runde einzuziehen aber Ryan Miekel hat glaube ich jetzt auch einen gewissen Aufwärtstrend zu verzeichnen also ich glaube dritte Runde auf jeden Fall da wenn ich tippen muss auf jeden also traue ich ihm Pascal das auf jeden Fall zu und dann wird es recht eng gegen Ryan Miekel um es vielleicht so zu formulieren ja glaube ich auch Nentjes hat schon mal ganz gut gespielt bei den UK Open ich meine auch in einem Jahr Flo Hempel geschlagen ich glaube Runde 3 wäre schon gut ich schließe es nicht aus dass er es auch in den Abend schafft aber ja trotzdem Favorit ist er nicht ich glaube auch gegen Nentjes eher 50-50 vielleicht sogar 51-49 pro den Niederländer aber mal sehen wenn er fit ist wenn er ja gesund ist glaube ich kann Pascal hier alles erreichen was diese Gegner angeht zumindest auch in Runde 2 startet Daniel Klose kennt auch seinen Gegner bereits das wird Adam Warner sein und sollte er Adam Warner schlagen wären mögliche Gegner in Runde 3 Connor Scott Wesley Pläzier Haupai Pua oder Jelle Klaassen also gegen Warner ist Daniel glaube ich der Favorit das ist definitiv seine Kragenweite das ist ein Spiel wo er glaube ich gute Chancen hat in die letzten 96 sind das ja dann einzuziehen und dann kann glaube ich ein sehr interessantes Spiel warten ein Scott ein Pläzier ein Pua ein Klaassen das sind alles Leute die an ihrem Tag ja ganz ganz vielen Gegnern auch in einem oberen Regal Probleme bereiten können bei denen kann es aber dann halt auch in diesem Moment nicht so gut laufen also die wären alle nicht in der Position in der sie jetzt aktuell sind gerade auch ein Scott der die Karte verloren hat ein Klaassen der keinen guten Saisonstart bei der PDC jetzt gehabt hat zum Beispiel ein Pläzier bei dem es immer wieder rauf und runter geht also ich glaube es ist ein 51 49 Spiel für wen auch immer der da in der dritten Runde kommt aber definitiv auch absolut möglich dass wir Daniel Klose am Freitagabend sehen also ich rechne ihm hier irgendwie ein bisschen größere Chancen ein als Pascal Rupprecht ja ich finde auch Runde 3 sollte schon das Ziel sein Warner sollte schon geschlagen werden und wer auch immer dann kommt das wird dann schon schon happig aber Runde 3 denke ich sollte man sich so als kleines Zwischenziel da schon setzen anstelle von Dan The Man ja Paul Krone hatten wir gerade schon so ein bisschen natürlich besprochen weil er eben auf Riccardo Portetschko treffen könnte Runde 1 eben der Amateur Michael Taylor und Runde 2 wäre Graham Hall im Falle eines Sieges der Sieger äh der Gegner Riccardo dann eben Runde 3 ja was gibt man da jetzt Paul mit so vielleicht Runde 1 überstehen und dann mal schauen was geht oder ja klar also ich glaube du musst immer gucken dass du in kleinen Schritten denkst ich glaube es wäre schon echt okay und echt Ziel erreicht wenn er es hier schafft Preisgeld mitzunehmen wenn man sich aber die Auslosung anguckt sieht die glaube ich in den ersten zwei Runden nicht schlecht aus also ein Amateurspieler bei dem du natürlich nie so richtig weißt was du kriegst von dem man jetzt aber auch noch nicht so viel gehört hat mal abgesehen von seinem prominenten Nachnamen Graham Hall ja mit Sicherheit auch erfahren aber nichts was Paul jetzt Angst machen müsste ähm also für mich hat er schon das Potenzial hier in die dritte Runde zu gehen definitiv äh sollte halt gucken dass dass die Doppelquote halbwegs okay ist ich glaube dann auch dass sich da überhaupt nicht verstecken also ich möchte jetzt hier die Erwartungen nicht zu hoch hängen aber die Auslosung sieht für mich in den ersten zwei Runden echt gut aus Lukas Wenig auch der bekommt es zunächst mit einem Qualifier ein Amateur Qualifier zu tun in Form von Tom Lonsdale in Runde 1 Runde 2 wären die Gegner möglich Bradley Roos oder Benjamin Drew Royce und in Runde 3 würde dann Kellen Witz warten ja auch hier vielleicht so Runde 3 möglich auf jeden Fall ich meine Lou kennt auch die Yuki Open schon für den ist es auch nichts mehr Neues ja also es ist glaube ich auch ganz gut wenn man da schon mal gewesen ist und ein paar Abläufe kennt und ich glaube in Minehead gibt es ja durchaus Dinge die nicht so einfach sind ich glaube da kannst du auch mal temperaturtechnisch echt egal ob Schneesturm oder nicht ein bisschen ungemütlich sein das hat er alles schon erlebt du sagst es also für mich wäre das Stoppschild hier in der dritten Runde Kellen Ritz und ansonsten glaube ich dass er gegen Lone Stale durchaus favorisiert ist Roos oder Reus das ist ein Spiel schon auf Augenhöhe aber Lou hat glaube ich in den letzten Wochen schon auch gezeigt dass er definitiv das Spiel dazu hat also zweite Runde ja dritte Runde kann auch gut gehen beim Diener noch sehr interessant der hat den letzten Block ausgelassen aus finanziellen Gründen er ist ja ein neuer Tuckert-Inhaber und hat dann gepostet ne konnte nicht spielen aus finanziellen Gründen das ist natürlich schon bedenklich dann wenn das schon am zweiten Block dann nicht mehr reicht oder er sich da so irgendwie stricken muss dass er das irgendwie zwischendurch immer mal auslassen muss und dann nur ausgewählte Blöcke mitspielt nicht so nicht so gut ja klar zeigt halt wie fragil das System dann doch an manchen Punkten sein kann Debüt dann für Tim Wolters bei der PDC und zwar geht's in Runde 1 gegen Ashley Coleman auch ein Amateur-Qualifier lustigerweise haben wir jetzt beide neu bei Unicorn unterschrieben sowohl Coleman als auch Wolters also auch da ein kleiner Side-Fact sollte Tim das erste Spiel gewinnen würden in Runde 2 entweder Sebastian Bioletski oder der junge Englander Jensen Walker warten und in Runde 3 wäre dann der Gegner Ryan Joyce ja ist jetzt natürlich am schwierigsten einzuschätzen was Tim hier gelingen kann ich glaube hier sollte man wirklich drüber setzen Sammelerfahrung gewinnt das eine Spiel gegen Coleman und dann wird's gegen einen der Young Guns Bioletski Walker glaube ich echt schon herausfordernd wenn das Ideal läuft kann das in die dritte Runde gehen zweite würde ich jetzt erst mal prognostizieren dass das schon echt okay wäre sehe ich auch Ryan Joyce eigentlich auch ein Spieler der bei UK Open immer gut zurechtkommt und bei Tim einfach nur ja erstes PDC Turnier dann gleich die UK Open das werden einige Eindrücke sein die er so bisher noch nicht gesehen hat ich meine gut man kennt die Q-School natürlich das Ding ist hoppervoll so viele Menschen gibt's vielleicht noch bei den Dutch Open aber das war's dann auch aber ja einfach mitnehmen und gucken was geht wäre natürlich schön wenn er sich da mit 1000 Pfund dann belohnen könnte wenn er ein Spiel dann gewinnt ja dann Christopher Thondas der trifft in Runde 1 auf Chris Landmann ohne 2 wäre der Gegner Lee Evans und ohne 3 wäre der Gegner Ricky Evans Ja ich kann mir nicht so richtig vorstellen dass er da an Landmann vorbeikommt also das ist jetzt ein Gefilde für Christopher wo glaube ich dieses unter der 80 oft unterwegs sein und es dann irgendwie mit dem Timing rausreißen wird hier nicht mehr reichen ich glaube das ist der erste Deutsche bei dem ich jetzt mich klartrauen würde zu sagen ich glaube nicht dass das über die erste Runde hinausgeht Ja würde ich mich auch anschließen dafür waren die Leistungen eigentlich also er hat viel rausgeholt das haben wir gesagt mit seinen seinen Average das Maximale gegen Landmann glaube ich auch wird es schon ziemlich hart in Runde 1 Ja Dann der nächste Deutsche Qualifikant über die Development Tour das ist Dominic Grüllich der hat auch einen Qualifier einen Amateur Qualifier in Runde 1 zugelost bekommen in Form von Harry Lane Mhm Orny Heibrechts wäre Runde 2 der Gegner und Runde 3 wären das Owen Bates Andy Bolton oder Graham Usher Ja ist halt die Frage welchen Dominic Grüllich sehen wir wie sehr ist die Dattitis ein Thema prinzipiell hätte ich mich eigentlich getraut zu sagen Harry Lane das kann er auf jeden Fall gewinnen auch Ronny Heibrechts ist aktuell glaube ich echt schlagbar das ist eine Chance für Dominic und dann ja Andy Bolton oder Owen Bates vielleicht einen Tick zu hoch also ich würde mich trauen zu sagen ein Sieg ist drin ein zweiter vielleicht auch aber Freitagabend das ist vielleicht noch ein Schritt zu früh würde ich eh nicht einschätzen damit sind wir mit den deutschen Startern durch machen wir weiter mit den aus Österreich Menzo Lovic und Roger Rodriguez beide in Runde drei dann schon mal am Start die sind in den ersten beiden Runden nicht gefragt Menzo gegen William O'Connor es tut weh ein heftiges Los finde ich also das wird ein richtig heißes 50-50 Spiel und kann glaube ich richtig Selbstvertrauen geben wenn er das gewinnt also ich glaube wer das holt wird richtig richtig gute Darts spielen müssen ich wage hier keine Prognose wie sieht es denn dann bei Robert Rodriguez aus auch der im Runde drei gegen Maras Rasma auch ein unangenehmes Los Rasma war jetzt aber glaube ich korrigiere mich wenn ich falsch liege gerade auch in den letzten Wochen eher unauffällig unterwegs also wenn Roby halbwegs sein A-Game spielt ist das definitiv etwas was er schaffen kann also hier würde ich mich eher trauen einen Tipp in Richtung Roby abzugeben und dann noch sein junger Bruder Rusty Jake Rodriguez der muss in Runde eins dann ran gegen Ron Mühlenkamp Runde zwei wäre es Josh Payne und Runde drei wäre es Steve Beaton alles Spieler die Rustys Kragenweite haben aber auch alles Spieler gegen die er verlieren kann also wir wissen nicht welchen Rusty wir kriegen das kann gegen einen Mühlenkampf der immer auch mal eine 100 die Ohren hauen kann schon vorbei sein ich glaube einen Sieg kann er holen vielleicht auch einen zweiten ich glaube aber einfach nicht dass Rusty aktuell die Konstanz hat irgendwie den ganzen Nachmittag so zu spielen dass hier drei Siege drin sind die Bordverteilung sind ja heute auch rausgekommen wir nehmen auf am 26. Februar dem Montag also für Roby wird es auf jeden Fall ein Hauptbühnenspiel geben gegen mal das Rasma der ist da auf jeden Fall angesetzt Rusty Jake könnte auch in Runde drei gegen Steve Beaton ein Hauptbühnenspiel bekommen sonst ja auf Stage zwei hat Rusty zumindest sein Erstrundenspiel gegen Roman Bülenkamp und Pascal Rupprecht spielt da das zweite Rundenspiel gegen Ferd Nentes das sind so die Deutschen oder Österreicher auf den ersten beiden TV-Boards sag ich mal wie gesagt im Stream könnt ihr alle anderen Boards auch sehen aber in den letzten Jahren war das immer sehr interessant da blickt man ja auch mal so ein bisschen drauf wer ist da jetzt wo angesetzt da ärgert man sich auch oft und wir werden uns wahrscheinlich auch wieder ärgern dass sie wieder die aber ja das noch mal kurz zur Einschätzung also den ganzen Plan gibt es auf daten.de auf der Turnierseite daten.de slash yuki unterstrich open da findet ihr alle Ansetzungen auch dann wollen wir noch einen Blick auf die Highlight-Spiele werfen wenn wir die deutschsprachigen Begegnungen jetzt so ein bisschen durchgepflückt dann gucken wir nochmal auf ja andere Highlights die es in den ersten drei Runden auf jeden Fall geben wird vielleicht tragen wir so ein bisschen zusammen Kevin Runde 1 habe ich mir zumindest mal rausgeschrieben Leighton Bennett gegen Scott Mitchell schön äh jung gegen alt auf jeden Fall habe ich habe ich da auch stehen bin ich bin ich echt gespannt in welche Richtung das geht ähm Leighton Bennett sammelt ja gerade auch seine ersten Erfahrungen im ja Tagesgeschäft der Profis bin sehr verhundert dass das nur auf Stage 3 angesetzt ist bin ich ehrlich habe ich safe auf der Hauptbühne erwartet da haben die sich aber für Puha gegen Klaassen und Bioletski gegen Walker entschieden für die erste Runde ja Bioletski mal im Viertelfinale gewesen Puha Neuseeländer ein bisschen nachvollziehen kann ich es aber auf der anderen Seite Bennett den könnte man doch eigentlich auch ähnlich hofieren wie Littler aber eben dafür müsste er vielleicht erst nochmal richtig einen raushauen also spätestens glaube Luke Littler würde es ganz gut tun weil dann würde die Presse nicht mehr jeden Furz den er lässt irgendwie durch den Mangel nehmen ich habe mir ja ich habe ich habe noch ich persönlich finde Van Dongen gegen Tricol auch ganz lustig es gut es gab gegen Plazia ist für mich auch ein Spiel wo ich wo ich echt interessiert bin Bennett gegen Mitchell hatte ich mir auch aufgeschrieben aber war jetzt nicht so als hätte ich noch irgendwie 15 Erstrundenspiele die ich da jetzt notieren hätte können ne also Danny Lobby Nathan Rafferty glaube ich wird schnell das kann nochmal ganz interessant werden aber sonst habe ich da jetzt in Runde 1 auch nichts mehr in Runde 2 habe ich fast ja habe ich auch fast gar nichts gefunden so richtig was mich so direkt anspringt was haben sie auf der Hauptbühne das haben sie auch auf die Mainstage gesetzt genau Labre Lennon Sparidans Peres gut Peres jetzt vielleicht auch interessant jetzt zuletzt auch ganz gut unterwegs gewesen Sattler Jack Owen ja weiß ich nicht also das sind jetzt nicht so die ganz krassen Spiele in Runde 2 irgendwie ne da in Runde 3 was habe ich mir da noch aufgeschrieben also da geht es ja immer dass es potenziell oft dazu kommen kann ne also Dedecker gegen Naimann äh Van Peer gegen Whitlock Soutar gegen Bartons finde ich jetzt auch nicht so schlecht äh Keenberry gegen James Harrell einfach weil ich glaube Harrell ist gar nicht so schlecht gestartet Gavlas Toretta schönes internationales Spiel was wir bekommen könnten das sind so die Sachen die ich mir notiert habe habe ich auch alle Luke Ben Watimena habe ich auch noch was ich rein reinschmeißen könnte das wäre noch so die Spiele wie gesagt auf alles weitere können wir nicht vorausschauen denn es wird eben jede Runde neu gelost hat man das eigentlich schon erwähnt ich glaube schon ich glaube schon ja wir können es aber ab und zu können uns einen Wecker stellen und das alle paar Minuten völlig aus dem Zusammenhang gerissen können wir das gerne nochmal äh sagen also du hast es jetzt gesagt und jetzt äh haben wir es erstmal aber es kann jederzeit wieder kommen genau das ist ja die Besonderheit hier Juki Ope ne FA Cup auf Daz was er schon genannt ich freue mich auf jeden Fall drauf ja ja Favoriten müssen wir noch eben kurz besprechen also es gab ja in den letzten Jahren jetzt schon Überraschungssieger muss man sagen letztes Jahr Endo Gilding klar das war ein ganz großes Ding davor war es Danny Noppert in 2022 was jetzt auch nicht so der Riesenfavorit war James Wade 2021 gut da hat immer was eingefahren davor war es Van Herven zuletzt in 2020 ja ja ist er auch für dich der Topfavorit jetzt wo es gerade in der Premier League auch so gut läuft ja aber nach wie vor nicht unantastbar gerade in diesem UK Open Format jemand der in den letzten Jahren ja auch auch mal früher rausgegangen ist gegen Damon Hatter und ich möchte nach wie vor nicht auf den Hatter Hypetrain aufspringen also ja aber ich sehe schon Van Herven vorne ich sehe Van Herven vorne ich sehe Littler vorne ich sehe irgendwie bin ich auch echt gespannt auf Humphreys ob er das was in letzter Zeit vielleicht nicht so gut gelaufen ist abschütteln kann also meine Favoriten bewegen sich schon in diesem Premier League Dunstkreis dass ich da so die drei vier üblichen Namen auf dem Zettel habe es gibt natürlich dann immer wieder so Namen bei denen man denkt ja könnten die UK Open für sie etwas sein Joe Cullen Chris Dobie Ross Smith vielleicht ein Bunting Fragezeichen Sirl bin ich mir nicht sicher ob er das vom Floor mitnehmen kann das sind so erste Namen die mir durch den Kopf geistern würden wenn ich das jetzt hier so durchblättere Gary Anderson Fragezeichen nach diesem tollen Tag da also hast du sonst noch Namen die du von weiter hinten Barney ist für ihn ist das glaube ich auch mit der Diabetes ja aber ist halt die Frage ob das nicht zu viele Spiele an in zu vieler also der Barney mit dieser Form vor zehn Jahren hätte ich jetzt gesagt ja aber also ich wäre nicht überrascht wenn er wenn er ins Achtel-Viertelfinale kommen würde ja Scott Williams war mir in letzter Zeit so unauffällig und die UK Open bieten vielleicht für ihn auch nicht so viel Raum sein typisches Spiel da so aufziehen zu können ja ich seppe hier gerade so ein bisschen durch die Spieler durch also von außerhalb der Top 30 lacht mich da jetzt erst mal niemand an Van Feen ist natürlich immer ein Name der einem begegnet wo man denkt wie weit kann es für ihn gehen ich hoffe ich habe jetzt nicht alles vorweggenommen aber du würdest schon dazwischen gehen glaube ich genau ich bin ja auch noch so ein bisschen hier am durchscrollen also all presents still beaten müssen wir nochmal erwähnen dass der seit der allerersten Ausgabe immer dabei vielleicht wird es das letzte Mal sein er will ja nächstes Jahr dann Seniors Tour spielen und das kann dann natürlich sein dass das jetzt auch die letzten UK Open von Steve Beaton sein werden der wird ja wahrscheinlich dann nicht als Amateur Qualifier versuchen oder vielleicht schon ich habe keine Ahnung aber dann wäre auch der letzte jenige dann raus Alvin Lewis war ja auch fast immer dabei und James Wade auch ja ja aber ich bin auch bei Van Gerven natürlich aber der war jetzt in den letzten Jahren ja auch dann nicht immer das letzte Sieg 2020 ist auch wieder ein paar Jährchen her ja ja Anderson sehe ich schon hat auch das Ding mal gewonnen dieses komische Jahr dann gegen Catby im Finale wenn er das vom Floor bringen kann dann ist auch ein Ryan Searle natürlich wenn er das wirklich spielen kann was Ryan Searle auf der Proto gezeigt hat dann ist auch Ryan Searle ein ganz heißer Kandidat sehe ich aber irgendwie auch nicht ähm ja Humphreys ja kann sein dass er sich dann nochmal zusammenreißt aber ich habe ja das Gefühl dass er gerade will aber es will nicht ganz so wie es soll bei ihm Michael Smith unkonstant Nathan Espin nein Gavin Price da bleibe ich bei der Spielt eigentlich gut aber es kommt nichts bei raus so richtig Cross ist konstant okay dabei ja und dann Wright ja dann am Ende gewinnt dann Wright sowas ich glaube nicht tja es ist schwer zu greifen also ich weiß nicht ob ich jetzt hier einen Siegertipp abgeben kann es ist echt ich weiß nicht ob du das jetzt ob du den Druck so hoch setzen möchtest im UK Open ist das schwierig weil man weiß halt nicht es kann wie gesagt von Gerbensmith von Nerven Wright direkt dann auch am Freitagabend schon geben ähm und bei den Deutschen es ist halt kein Floorturnier also ich finde vieles was man jetzt hier bei den ersten Floorturnieren gesehen hat wird bei den UK Open aus dem Fenster fliegen weil es halt einfach ein anderes ein anderes Format ist ähm es kann auch echt unangenehm werden wenn du dann auf diesen Boards 3 bis 8 spielst gegen irgend so einen Release Amateur Qualifier der dann aber irgendwie in der Nähe wohnt und irgendwie seine 10, 15 Supporters mitgebracht hat die dann da hinten stehen und äh vielleicht mal mehr fair und mal mehr unfair irgendwie da äh ihren Senf dazugeben also ich glaube das ist ein ein Turnier wo man muss ja auch ganz klar sagen es war ja jetzt auch nicht so dass diejenigen die in den letzten Jahren dann am Ende den Titel geholt haben dass das für die irgendwie einen großen Karriere-Changer bedeutet hätte also Nopac für den war das halt ne der hält sich auf Platz 7 aber hat jetzt danach mh das halbwegs gehalten aber halt auch nicht irgendwie danach noch groß ähnlich einen rausgehauen und bei Gilding zwar ein großer überraschender Erfolg mit Sicherheit eine der größten Überraschungen der vergangenen Jahre aber halt auch nichts was ihm irgendwie jetzt nachhaltig was gebracht hat und äh das muss man halt einfach auch sehen ne der Zufall spielt hier auch eine ganz ganz große Rolle und es wird hier einige Leute geben die wo man sagt die haben auf dem Floor gut gespielt die bei den UK Open auch wieder keinen Stich machen werden und äh so unpredictable aber auch so schön weil man da dann am Ende ähm sitzen wird und sagen wird Mensch da haben wir wieder Geschichten bekommen mit denen hätten wir im Vorfeld gar nicht gerechnet irgendwie wir haben ja die Umfrage die wir natürlich auch hier stellen werden in dieser Folge wer die UK Open gewinnt und geben da auch einige Spieler vor auch auf der Homepage schon länger laufen da haben wir die meisten Stimmen bei Ludlidler glaube ich auch natürlich den will keiner spielen natürlich will keiner dieses losen Ludlidler kriegen das ist schon klar und ich meine ich finde er steuert auch viel auch bei den Qualifiern ich finde er steuert da schon er passt sich schon dem Niveau an ich finde zum Beispiel nach dieser Qualifier am Mittwoch die Upinto Qualifier die waren jetzt nicht so überzeugend hat er jetzt ja auch nicht immer geschafft aber dann die Steigerung wenn es sein musste zu Donnerstag zur Premier League finde ich dann wieder auch bemerkenswert dass er das dann auch wirklich anscheinend steuern kann wenn er muss dann ist er besser unterwegs deswegen glaube ich auch dass er hier ein heißer Kandidat ist ich glaube diesmal nicht an eine Überraschungssiege ich glaube es wird einer der Top Leute und zu denen zähle ich Lidler eigentlich auch nicht nur eigentlich zu denen zähle ich Lidler wird es machen und von den Deutschen ich glaube da muss schon das Ziel der Samstag sein von zwei, drei vielleicht kriegen wir vier einen Samstag und wenn jemand noch am Sonntag dabei sein sollte ist es schön aber Samstagabend oder so es geht auch viel über die Auslosung mal gucken ja also solide spielen kann an gewissen Punkten in diesem Turnier schon reichen um um da weit zu kommen und ich glaube es ist auch wieder ein großer Unterschied ob es dann Hauptbühne ist wo dieser riesige Raum da ist oder ob es dann doch Nebenbühne ist also wenn man vielleicht das Glück hat viel auf den Stages zwei bis vier unterwegs zu sein dann kann das auch noch mal eine andere Dynamik entwickeln ja es muss aus meiner Sicht natürlich keiner der deutschen deutschsprachigen dann irgendwie so einen Freitagabend Michael van Gerven Luke Liddler Luke Humphreys los bekommen haben wir glaube ich auch noch nie gehabt oder ich möchte es aber auch nicht verschreien nicht dass es dann im Nachhinein heißt der war es da würde ich sagen haben wir zu den Jöke Open eigentlich alles Wissenswerte besprochen die Vorschau gibt es ja auch auf unserer Homepage dann in den nächsten Tagen zeitnah vor Beginn kurz dann noch zu Darts aus aller Welt ein zwei Sachen habe ich dann auch noch rausgeschrieben die ich nochmal jetzt einfach runterbeten möchte also auch die DPN Z2 also Darts Players New Zealand ist in die neue Saison gestartet in Chris Church die ersten beiden Pro Tour Events wurden gespielt Caden Milney 7 zu 4 gegen Ben Rob im ersten Event und Mark Cleaver 7 zu 3 im zweiten Event gegen Warren Perry haben da gewonnen die ersten beiden Turniere nach zwei von zwölf Events führt Cleaver das Ganze dann an da wird man dieses Jahr dann auch nicht mehr so ein extra Qualifier am Ende spielen sondern würde ich nach zwölf Events sagen der Beste ist dann bei der WM mit dabei bei der WDF gab es die Slovak Open und der Slovak Masters letztes Jahr konnte da noch Liam Mandelaurens ein Turnier von gewinnen der ist am Samstag aber im Achtelfinale bei seiner Mission Titelverteidigung ausgeschieden gegen den Litauer Janis Kupsis am Ende gewinnt hier Benjamin Pratt-Nehmer wir kennen ihn alle noch von einem der ja schwächsten Spiele der WM Geschichte damals sehr sehr langsam ja hat sich nicht gelohnt wer das verpasst hat der hat nichts verpasst der gewinnt die Slovak Open bei den Herren bei den Damen ist es die erst 15-jährige Paige Pauling also das ist auch so eine kleine Bo Greaves die räumt jetzt nicht so viel ab und ist auch nicht ganz so stark unterwegs aber auch hier schon im Damenbereich ja Titelgewinne für Paige Pauling am Sonntag dann bei den Slovak Masters Anthony Allen der Sieger und aus deutscher Sicht Monique Lesmeister gewinnt bei den Damen das Endspiel mit 5 zu 1 gegen Martina Sulowska letztes Jahr drei Finals für Lesmeister dieses Jahr dann der erste Titel da geht es dann eben auch noch um die Quali für die WDF-WM das sieht dann auch dann wenn man sowas abliefert immer wieder besser aus also von LML können wir davon ausgehen dass er bei der WM dabei sein wird und auch Rina Armstrong sieht sehr gut aus und auch Lesmeister ist auf einem guten Weg Tja South Australian Classic Gold Event warum ist das wichtig denn die Sieger qualifizieren sich direkt für die WDF-WM Howard Jones hat es geschafft und Amanda Loch bei den Damen beide dann für die WDF-WM auch jetzt schon qualifiziert ich glaube Loch war es auch schon vorher Tja Premier League haben wir gesagt genau der nächste Spieltag wird dann nochmal einen Tag vor den UK Open stattfinden in Exeter die Paarung haben wir euch genannt und ja parallel zu den UK Open wird dann auch auf der PDC Open Next Gen gespielt der Wochenende Nummer 2 steht da an im österreichischen Eisenstadt Double In Double Out heißt es dann da und die Lack Distanz hat die PDC Open jetzt auch nach Feedback dann auch bekannt gegeben werden dann auch erhöht auf mindestens Best of Seven ich denke auch eine vernünftige Entscheidung hier schön dass man auf sowas eingeht und definitiv verdient das so zu machen haben wir ja glaube ich auch schon mal angesprochen Absolut ja Umfrage hatte ich genannt welcher Spiele gewinnt die UK Open 2024 da geben wir dann ein paar zur Auswahl vor gerne bitte abstimmen zum Beispiel auf Spotify auf der Daten der Webseite habt ihr diese Umfrage auch natürlich drin da gibt es auch ein kleines Quiz zu den UK Open zur UK Open Geschichte vielleicht testet ihr euer Wissen da nochmal das haben wir ja jetzt ja öfter auf der Webseite dann auch so Quizzes zu den einzelnen Turnieren oder auch halt Umfragen da gerne dran teilnehmen und ja ich denke damit seid ihr gut versorgt was die UK Open angeht das war die Vorschau hier bei shortleggedemendaten.de Podcast präsentiert von Bulls wir melden uns natürlich dann mit der ausführlichen Analyse nächste Woche wieder dann denke ich auch wieder live auf Twitch das hat jetzt aus organisatorischen Gründen leider heute nicht geklappt dafür dann die frühere Aufnahme heißt auch die Folge früher bei euch auf die Ohren das war das kleine Ausgleich aber ich denke dass wir uns dann nächsten Montag das wäre ja dann der 4. März 4. März wieder dann auf Twitch live hören und ja bis dahin wünschen wir viel Spaß bei den UK Open lest die Berichte bei daten.de und bis dahin alles Gute von Kevin und von mir danke fürs Reinhören und ja gute Zeit macht's gut ciao tschüss Görürüz 훈